So Leute, es geht weiter mit Let's Play Half-Life. So, das war's doch schon wieder. Bis zum nächsten Mal, nein. Das war's natürlich noch nicht. Okay, ich glaub, ich weiß, was ich machen muss. Und mir fehlt doch nicht mehr viel, dann hab ich das Spiel bald durch. Hoffe ich jedenfalls mal. Ich hab mir dann nämlich schon anderes Let's Play von angeguckt und... Joa, das mach ich immer, wenn ich nicht weiterkomme. Ich schummel ein bisschen. Übrigens sind das hier so eine Dinger, die mir anzeigen, äh... Was ich noch auffüllen muss und so. Oha. Oh, es lag schon von Anfang an. Ist ein bisschen schneller. Gut, jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Jetzt wieder. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht. Gut. Wir müssen, glaub ich, hier runter, war das. Ähm. Da geht was in die Luft und... Jetzt müssen wir da durch, damit wir den zweiten Tank aktivieren können. Oh, hallo. Aua. Oh, ich hab noch ein Leben. So, ein Scheiß. Und ich hab nicht... Fünf Leben noch. Wow, nice. Richtig geil. Episch. Moment, ich mach mal kurz den Cut, weil... Mir das jetzt zu der Lektion. Hallöchen Popö. Und das war jetzt geklaut. Ja, wie soll ich das in mir für Leben schaffen? Ähm. Ich würd mal sagen, ich sniper die. Tschüss. Ich kann mich denn da gar nicht verstecken, mir und wirst das. Bäm. Ich glaube, es ist übrigens voll übel, übel geil. Bäm. Oha. Ich würd mal sagen, wir bekämpfen Feuer mit Feuer. Und ich lauf weg. Nice. Ein Leben noch. Wie übel geil. Ähm. Das schaff ich mit einem Leben nicht. Höhöhöhöhöhöhö. Bin ich lustig. Wieso hab ich überhaupt noch ein Leben nicht? Würde mich jetzt auch gerne mal interessieren. Gibt's hier nicht ein bisserl Leben? Ich will wieder... ...was zwischen die Zähne. Ja, nice. Die gibt's nicht. Das ist übrigens mein Smiley. Ich mach gerne Smiley's in Half-Life. Ich mach gerne Smiley's in Half-Life. Ähm. Ich bräuchte ein bisschen Leben. Ich geh mal hier lang. Vielleicht gibt's ja hier Leben. Ist ein Barney, der... Oh. Oh, hallo. So behindert. Oh, nicht wieder hier, Mann. Mit was für einer Waffe mach ich das am besten? Ich hatte doch hier noch, ähm... Die, ja, die ist ganz nice. Mit der schaff ich das schon kaum. Das schaffst du, Simon. Komm los. Let's go! Ich schaff das. Oh, Mann, du Lutschi. Stirb! Bam, 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 stirb. Ja, geil. So, warum macht man's nicht leicht wie Jesus? Wollte ich? Wow. Wollte ich, ob ich den... Ja, woher triffst du mich, du blödes Ding? Meine Güte. Ich wollte dich nicht wieder auf den Hallo. Ja, du kennst. Wär auch mal nicht schlecht. Ich lass mich jetzt bestimmt hier nicht von so'n Headcrib besiegen, dass wir ein bisschen... Ha, 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 ha. Und da unten ist das zweite Tank-Ding. So, ich werde jetzt eh fällen, weil ich hier ein ganzer Uga... Uga... Ne, jetzt hat man nur Uga gehört. Aua. Ha. Ich bin dir überlegen, Headcrib. Hm, hm, hm. Jetzt achtet mal drauf, wenn ich halt aktiviere. Jetzt haben wir... Tank Nummer 2. Aktiviert. Und den haben wir auch aktiviert. Gut. Gut, 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 gut. Wenn's nicht länger wird, dann wär's perfekt. Aber wann hab ich schon mal eine leckfreie Aufnahme? Das würd ich mir gerne zum Geburtstag wünschen. Da hatte ich ja schon. Ha, 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 ha. Bin ich lustig. Dann würd ich's mir gern zum Weihnachten wünschen. Auch wenn's ein bisschen lang... Äh, äh, ein bisschen... Lange dauert. Bis wieder Weihnachten ist. Deswegen würd ich dir sagen, dass... Aber... Würde ich mir jetzt schon gerne wünschen. Ja, ja, gut. Gut, 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 gut. Und da war ein Leben. Cool. Jetzt hab ich's eingesammelt. Jetzt brauch ich's ja nicht mehr. Das brauch ich immer noch. Natürlich, ich brauch immer ein Leben. Was red ich für'n Scheiß wieder? So, meine lieben Damen und Herren. Ja. Äh. Wolland konnten wir nochmal? Der Fahrstuhl kann mal her. Da lang war das, glaub ich, soweit ich mich nicht erinnern kann. Ja, mit welchen... Wir gehen am besten mit... Mit der Waffe. Mit der Kerbe ich so wenig gekämpft. Ich wüsste wirklich nie, was sie macht. Weil die ist eigentlich recht gut. Wollen wir mal sagen, ich geh nochmal mit der Waffe. Mit dem Laser... Drei... Alla... Stopp! Yeah! Ich bin gut. Bäm! Aufladen, aufladen, aufladen. Und nein, ich hab's umsonst verbraucht. Verdammt, verdammte Scheiße, verdammte Scheiße. Prozent mit der Tüttel Prozent der Tim ist nur richtig sein und da was ist ein bisschen verpixelt davon lasse ich mich nicht ablenken Keder der kenne ich nicht wirklich ich glaube ich brauche noch eine Brille auf meiner Brille haben wir mal gedreht hier die Kacke gedreht hier war auch gedreht, ich brauche ein bisschen frische Luft ja meh äh wir können da schon mal die Leiter hoch ja war ich auch beim letzten Part da war ich aber bloß übelst verzweifelt oh Gott ach du meine Güte ja saug mir die ganze Leben ab saug einfach ich hoffe mal ich schaff das mit den 15 Leben und das Ding kommt es kommt, es will mich holen uh, es kommt, es will mich wieder verdammt, verdammt tschüss, tschüss, tschüss tschüss ja immerhin habe ich ein paar Leben was will man mehr ouch, tschüss werde ich doch noch getroffen dat is nix schön dat is nix schön sein so äh wow, wow, wow ja, laufen nach ah, die Dinger kommen immer genau dahin, wo ich hingehe na, die gibt's doch gar nicht so, du, 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 du auf dich. Aua. Aua, schon wieder. Aua. Spring in den Tod. Du kannst es. Ja, jetzt lauf ich schon in den Tod an und sterbe nicht. Wie unfehlst du das denn? Komm, tötet mich. Ich muss sein 1a... MAAAANN, hier. Ich krieg's ja gleich die Motten. Ich kann mich nicht mehr töten. Wie schlecht bin ich denn? Ja, das ist einfach ein scheiß Punkt, den ich mir ausgesucht hab. Da muss ich wirklich ehrlich sagen. Es tut mir auch sehr leid. Ohm. 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 Das ist jetzt nicht mehr gut, weil das weiß ich auch nicht. Ja, warum nicht gleich so. Okay. Ja, das haben wir schon ein ganzes Stückchen geschafft. Ich bin stolz auf mich selber. Wir werden jetzt immer die Treppe hochgehen. Treppe, Treppe hochgehen. Treppe, Treppe hochgehen. Ähm. Speichern und... Autsch. Speichern, wollte ich sagen. Und drauf springen. Autsch. 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 los hier gibt's doch nicht ich bin ach ich kann doch gleich in der ganz oben drauf steht speichern und wie da ist also immer noch habe ich hier was in den Part erreicht und stolz auf mich die nächste wird dann am Donnerstag kommen und ich denke mal ich brauche noch so 10 bis 15 Parts denn es ist doch durch ehrlich gesagt ziemlich viele Parts schaffe ich schon ich habe schon 50 Parts also in daher ist es kein Problem noch mehr zu machen ja das war's mal wieder bis zum nächsten mal und haut da rein ciao und tschüss